Das Ende von Mighty, Changes. Alter, will er mich jetzt verarschen? Will er jetzt sagen, dass er aufhört? Will mir Mighty jetzt sagen, dass er aufhört? Moin, und ja, es... Ich hoffe jetzt mal nicht, dass er aufhört. Aber wenn er sagt, Changes, denke ich bei Veränderungen vielleicht an anderen Content oder irgendwas. Ich dachte eigentlich... Ich dachte eigentlich, der ist umgezogen und mache dann von dort noch fresheren Content. Nice. Ist einfach soweit. Für mich ist das ganze Kritikding hier und heute zu Ende. Ich habe einfach nicht mehr den Spaß daran, den ich vor langer, langer Zeit hatte. Das Ganze hat sich vor sieben Monaten schon mal gezeigt, wo ich im Endeffekt die erste Contentänderung gemacht habe. Ich habe dann wieder so ein bisschen den Lernen gefunden und so. Aber habe einfach gemerkt... Oh, ich... Oh, ja. Gerade in letzter Zeit durch den Umzug, dadurch, dass ich frühestens um 18 Uhr zu Hause bin, und so merke, okay, das Ganze macht mir einfach keinen Spaß mehr. Also ich habe sicherlich jetzt auch mal in der letzten Woche oder in der letzten zwei Wochen und vielleicht auch in den letzten drei Wochen die Zeit gehabt und dann habe ich sagen können, okay, ich recherchiere irgendwas. Aber die ganzen Deppen im Internet sind mir einfach mittlerweile komplett egal geworden. Und das ist so irgendwie was, was sich die letzten Monate für mich einfach gezeigt hat. Ich habe einfach nicht mehr diesen Spaß an der Kritik. Es ist auch aufgefallen in den Kommentaren so, hey, du recherchierst gar nicht mehr so gut wie früher und das ist irgendwie alles nicht mehr so aufwendig wie früher. Und ja, es hat mir einfach nicht mehr diesen Spaß gemacht. Und das ist für mich dieser riesengroße Punkt. Es war immer das Ding so, es hat mir immer viel Spaß gemacht. Und ich habe YouTube alles zu verdanken im Endeffekt, was jetzt gerade so in meinem privaten Leben abgeht. Es klingt super, super dumm. Ich habe 22.000 Abonnenten, meine Klicks sind nicht überragend und sowas. Aber ich wäre nicht da, wo ich jetzt gerade bin. Ich wäre nicht umgezogen. Ich hätte nicht diesen Beruf, ich hätte nicht den Freundeskreis, ich hätte nicht die Freundin, wenn ich YouTube nicht gemacht hätte. Lol. Also er hätte nicht die Freundin, hätte er YouTube nicht gemacht. Das war bestimmt ein Fangirl. Nein, aber mich würde es mal interessieren. Mich würde da halt mal genauere Details dahingehend interessieren. Ja, also das würde mich auf jeden Fall interessieren, wie das sein Privatleben beeinträchtigt, beziehungsweise beeinträchtigt, sage ich, beeinflusst hat. Das würde mich mal interessieren, wie es bei ihm da ausschaut. Das sind alles Dinge, für die ich sehr, sehr dankbar bin, die ich irgendwie immer in meinem Herzen haben werde. Es ist einfach so, es klingt super, super komisch, aber es ist einfach so. Und das sind einfach Dinge, die ich nie vergessen werde, halt in Bezug auf die Kritik. Ich stelle euch das jetzt mal vor. Maiti hat seine Freundin kennengelernt, oder YouTube war mit Ausschlaggebend dafür, dass Maiti mit seiner Freundin zusammen ist. Maiti hört auf mit YouTube oder ändert sein Content oder was weiß ich, das werden wir jetzt gleich merken. Und sie macht Schluss, weil sie jetzt den Fame nicht abgreifen kann von Maiti. Und Maiti steht einfach bei Null da. Ey, Maiti, wirklich, ich wünsche dir alles Gute auf jeden Fall. Sollte es so sein, du hast immer ein Plätzchen bei mir. ...Videos, halt auch so ein bisschen, was Selbstbewusstsein angeht. Und all sowas sind alles Dinge, die mir YouTube gezeigt hat, dass es schlimm ist und gar nicht so schwer ist. Von daher auch dickes, dickes Danke an jeden, der mich bis hierhin verfolgt und das noch weiterhin tun wird. Denn per se aufhören mit YouTube möchte ich gar nicht. Aber ich möchte mir diesen Druck von den Schultern nehmen, wirklich irgendwie Kritikvideos produzieren zu müssen. Oh Mann. Ich möchte... Er macht gerade den gleichen Fehler, den ich gemacht habe. Er macht gerade... Und Maiti hatte eigentlich gesagt, er lernt aus den Fehlern, die wir gemacht haben. Ähm, und das ist genau das Ding. Es ist ja genau eins zu eins das, was ich gemacht habe. Ich habe auch in einem extra Video angekündigt, dass sich jetzt der Content ändern wird. Du verkauerst damit direkt die Leute, ohne dass sie überhaupt mal sich auf den Content einlassen, der danach kommt. Mach einfach ohne so ein Changes-Video, mach einfach die Videos, worauf du Bock hast, ohne ein extra Ankündigungsvideo zu machen. Weil das verkauelt schon allein mega viele Leute. Das habe ich ja selber auch mitbekommen. Und ja, deswegen. Das ist nicht erfolgreich gedacht. Maiti, das ist nicht erfolgreich gedacht. Also ich möchte wirklich so ein bisschen halt über mein Leben mehr erzählen. Ich möchte ein bisschen über meine Abnehmerfolge erzählen. Es ist einigen Leuten aufgefallen vielleicht. Ich habe über 30 Kilo mittlerweile abgenommen. Alter, überkrasse. Und das Ganze möchte ich gerne in aufwendigeren Videos auf diesem Kanal verpacken. Denn meine aktuellen Videos machen mir wirklich... Ich setze mich nicht mehr dahin. Ich werde keine Kritik-Videos mehr machen. Ich werde mir keine Cymex-Videos mehr angucken. Ich werde mir keinen Standardskill-Macht-Irgendwas-Videos mehr angucken. Es interessiert mich nicht mehr. Ich habe dazu keine Videos gesehen. Ich habe in diesem ganzen Monat noch nichts recherchiert, weil ich einfach keine Lust mehr darauf habe. Und heute und hier und jetzt ist halt der Schlussstrich. Es ist vorbei. Ich möchte... Der begeht gerade einen großen Fehler, Mann. Der macht gerade genau das, was ich damals auch gemacht hatte. Es tut gerade echt weh. Es tut gerade echt weh, weil ich weiß jetzt schon, dass nach diesem Video und wir... Er hat jetzt 1500 Aufrufe. Ich sage euch, ich predikte euch jetzt, dass er Instant-Deabbonnenten gemacht hat, okay? Vor fünf Stunden hat er das Video hochgeladen. 1500 Aufrufe. Minus 100 Abos. Eigentlich braucht man es gar nicht predikten. Das ist einfach offensichtlich. Deswegen mach einfach nicht... Das Ding ist halt, guck mal, die Leute haben jetzt das Video gesehen. Die Leute haben jetzt das Video gesehen und die lassen sich gar nicht auf das nächste Video ein. Das, was du eigentlich machen möchtest. Die lassen sich gar nicht da drauf ein. Deswegen deabonnieren die und werden nie wieder deine Videos schauen, weil die wissen, ah ja, das ist ja doofer Content. Das sagt mir nicht zu. Das Ding ist halt, ich kann halt aus Erfahrung sprechen. Ich habe ja genau das Gleiche schon hinter mir und ich weiß ganz genau, dass es einfach lost ist. Und ich habe auch selber gemerkt, guck mal, bei mir war es so, ich habe Videos gemacht, Meinungsbox, die hatten immer 20, 30, 40.000 Aufrufe noch pro Video. Ich habe gesagt, das macht mir nicht mehr so viel Spaß. Ich möchte Videos machen, wo ich voll dahinter stehe, wo ich sagen kann, Alter, ein bisschen mit Humor und was weiß ich. Habe ich auch so gesagt. Ich habe Instant bestimmt 1000 Deabos gemacht. Und danach haben meine Videos alle nur noch auf Anhieb eigentlich, wenn überhaupt, 10.000 Aufrufe erreicht. Obwohl es durchschnittlich 20.000 bis 40.000 waren. Also die Veränderung ist dann direkt am Start. Auf mein Leben, vielleicht wird auch mal ein Vlog oder sowas online gehen. Vielleicht kochen wir was zusammen. Vielleicht erzähle ich euch einfach über Dinge, die mich irgendwie aktuell interessieren und bewegen. Vielleicht einfach ein bisschen, wie habe ich es in Anführungsstrichen geschafft, einiges an Kilos zu verlieren. Was waren meine Motivationsgründe? Was sind irgendwie so die größten Schwierigkeiten gewesen, die ich... Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel auch so, ich würde mir jetzt das Video angucken, dann höre ich mir das an, was er jetzt sagt und mich interessiert Real Talk nichts davon, was er jetzt erzählt hat. Ja, wie er es geschafft hat, Kilos abzunehmen. Wahrscheinlich durch Sport und durch gesunde Ernährung. Dann kochen und essen ist auch gar nicht meins. Also ich koche selber auch sehr gerne, so an sich. Und esse natürlich auch gerne. Aber so gerade Videos, was Videos angeht, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Also das ist halt irgendwie nicht mein... Nicht das, was mir zusagt. Und das ist halt so ein Grund, warum sich dann auch Leute denken, ah, da habe ich keinen Bock drauf. Ich deabonniere dich. Ich hatte und all so ein Kram. Halt einfach ein bisschen meine Lebenserfahrung mit euch rein. Ja, wenn klingt, dass ich da noch nicht lust. Darauf habe ich tatsächlich Lust. So, das ist das, wo ich sagen kann, hey, damit könnte ich mir einen neuen Kanal aufbauen. Ich möchte aber gleichzeitig halt hier und klar sagen, ich werde diesen Mighty-Kanal nicht aufgeben. So, ich werde auch die ganzen Videos online lassen. Aber ich möchte das hier einfach weiter probieren mit Videos. Okay, finde ich irgendwie immer noch cool. Einfach so normale Sachen aus meinem Leben, die ich gelernt habe, gerade in den letzten sechs Monaten, so seit Corona, wo ich halt wirklich versuche, mich gesünder zu ernähren. Das sind Dinge, die ich euch mitgeben möchte, wo ich schon irgendwie immer wieder erfahren habe, okay, erzähl doch mal mehr darüber. Und das Ganze werde ich jetzt hier und jetzt ab heute aktiv machen. Ich hoffe natürlich sehr, dass ihr irgendwie Bock habt, mit auf dieser Reise zu sein. Ich kann das sehr, 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 sehr gut verstehen, wenn ihr sagt, ihr abonniert jetzt nicht mehr diesen Kanal, sondern deabonniert sogar ihr. Und das ist für mich vollkommen in Ordnung. Denn ich möchte auch nicht irgendwie Leute dazu zwingen, meinen Content zu schauen, wenn sie sich gar nicht für meine Person interessieren, sondern wirklich nur für die Kritik-Videos. Und das ist für mich so ein riesen, riesen großer Punkt. Ich möchte es aber. Das ist einfach so. Ich habe für mich diesen Entstoß. Ich habe da jetzt bestimmt zwei Wochen drauf rumgedacht. Ich sage es euch. Also das Ding ist halt, gerade bei Meinungsbloggern, die ja viele Videos über größere Leute machen und dadurch auch bekannter geworden sind, dass die vor allem abonniert werden zu 99,99 Prozent wegen den Kritik-Videos. Vielleicht auch, wie die Videos verpackt sind. Wie ihr die Videos aufbearbeitet oder so. Aber ich sage mal so, zu 0,001 Prozent abonnieren die Leute, weil die die Person interessant finden. ...ein mir sehr, sehr gründlich überlegt. Ich habe es entschlossen. Es wird kein Comeback in 2021 geben oder sowas, wo ich sage, wow, Kritik muss wieder sein. Das Einzige, wo ich halt sage, okay, das kann man mal wieder machen. Das sind so Werbeanalysen. Das hat halt nichts mit Kritik eigentlich zu tun. Oder halt nur im allerentferntesten Sinne. Ich hatte auf jeden Fall Bock drauf. Ich will nicht mehr Kritik sein, und der, weil es irgendwie die Miete verlangt, auf Krampf irgendwelche Leute kritisiert. Denn irgendwie habe ich so das Gefühl, Okay, wir haben uns jetzt schon einen Stream nicht mehr gesehen. Bei mir ist es auch so ein bisschen wahr, hey, man verdient zumindest ein bisschen Geld damit. Ich muss jetzt irgendwie regelmäßig Leute kritisieren. Und dann sucht man auch irgendwie schnell mal Leute raus, wo man sagt, okay, kann man immer mal kritisieren. Oder hey, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, was er gemacht hat, aber ich baue da jetzt so ein Riesenvideo drauf auf und das fällt mir irgendwie auch immer mal wieder auf, dass Leute irgendwie kritisiert werden, die eigentlich gar nichts verbrochen haben. So klar, es gibt genug Leute, die kritisiert werden, die was verbrechen. Aber gerade wenn halt so Sachen dazukommen, wie dass man die Miete davon finanzieren muss von YouTube-Videos, habe ich persönlich das Gefühl, dass Kritik nicht mehr so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Wenn man halt wirklich sagt, man hat diesen monetären, starken Anreiz, man ist darauf angewiesen, Leute zu kritisieren, finde ich mittlerweile einfach ein sehr toxisches Verhalten, der ich mich einfach nicht mehr identifizieren kann und identifizieren möchte. So das ist einfach für mich vorbei. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich kann euch versprechen, es wird lit. Ich werde euch vielleicht auch mal außerhalb dieser undekorierten... Mich würde es mal interessieren, wie viel Miete überhaupt damit verdient hat. Weil wenn,